Rutschpartie in der XXL-Version. Willkommen auf der längsten Plastik-Wasserrutsche der Welt. Die befindet sich in einem Skiresort im US-Bundesstaat West Virginia und ist mal eben 616 Meter lang. Mit der Rutsche will das Urlaubsgebiet auch im Sommer die Massen anziehen. Allerdings ist die Sache eine schmierige Angelegenheit, denn hier rast man im Gummireifen über eine Schaumbadstrecke. Einziger Wermutstropfen, die Rutsche ist nicht für Kinder und Jugendliche zugelassen. Man muss mindestens 21 Jahre alt sein, um hier mitmachen zu dürfen. Trotzdem einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde hat die Rutsche mit der Länge auf alle Fälle sicher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017